Herzlich Willkommen bei André Talkt Anderswo, der Talkshow mit mutigen und wahnsinnigen Geschichten. Von und mit André Christen. Und das bin ich mit der Folge Weihnachten im Wohnmobil. Gedanken zur Weihnachtszeit. Und schwupps ist wieder 24. Dezember. Nein, natürlich nicht. Heute, wenn die Folge rauskommt, ist erst der 20. Aber es ist doch verrückt, wie schnell es immer wieder rumgeht so ein Jahr. Und ich dachte mir, jetzt muss ich mal gucken, habe ich letztes Jahr eigentlich so eine Weihnachtsfolge gemacht in Griechenland? Nee, habe ich nicht. Ich war eigentlich selbst erschrocken, dass ich das nicht gemacht habe. Deshalb gibt es dieses Jahr eine Weihnachtsfolge aus Griechenland mit meinen Gedanken dazu, wie das eigentlich so ist, im Wohnmobil Weihnachten zu feiern, im Ausland Weihnachten zu feiern, mehr oder weniger alleine Weihnachten zu feiern und welche Gedanken ich dazu habe. Ich weiß, dass ich dazu schon hier und da mal ein Instagram Live oder Video aufgenommen habe, aber halt noch nicht als Podcast. Deshalb heute mal so ein paar Gedanken. Von mir dazu. Und vorab sei angemerkt, wenn du Gedanken dazu hast und die loswerden möchtest, dann schreib mir doch gerne. Ich freue mich wirklich über jede Nachricht. Das geht bei Instagram ganz einfach oder aus dem Podcast heraus. Bei YouTube oder direkt in den Shownotes sind auch meine Kontaktdaten verlinkt. Also mach da gerne von Gebrauch und erzähl mir deine ganz persönlichen Gedanken zu Weihnachten, wie es dir so ergeht, wie du feierst. Das interessiert mich wirklich. Also immer her damit mit den Informationen und wenn du magst, teile ich das dann auch gerne bei Instagram und Facebook. Jetzt aber zu meinen Gedanken. Es ist ja nicht das erste Mal, dass ich Weihnachten alleine feiere, beziehungsweise mehr oder weniger alleine feiere. Dieses Jahr habe ich nun wieder Gesellschaft an Weihnachten mit dabei. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist es auch nicht schlimm, Weihnachten alleine zu verbringen. Das rührt vielleicht auch aus der Geschichte her, dass ich an Weihnachten ja seit der Trennung 2006 immer wieder mal alleine war. Wobei Weihnachten an sich stimmt nicht ganz. Ich beziehe mich jetzt hauptsächlich auf den Heiligabend, also den 24. Dezember. Das war natürlich so bei uns bei der Trennung, dass wir da geguckt haben, dass unsere Tochter mal bei dem einen, mal bei dem anderen Weihnachten oder Heiligabend feiern konnte. Beziehungsweise wir haben es aufgesplittet in Heiligabend-Nachmittag und Heiligabend-Abend. Und das haben wir im jährlichen Wechsel, haben wir das ja gewechselt und somit war meine Tochter mal Heiligabend abends bei mir und mal Heiligabend-Nachmittags bei mir. Also im Wechsel halt. Insofern war ich halt die ein oder anderen Heiligabende auch schon allein. Deshalb ist das jetzt nicht schlimm für mich. Ja, es ist auch für mich irgendwie ein besonderer Tag. Und ich habe, ich glaube, vor zwei oder drei Jahren mal bei Instagram ein Video gepostet, warum das eigentlich so ist. Und ich habe da nicht wirklich eine Antwort drauf. Warum ist das eigentlich so, dass Weihnachten so einen hohen Stellenwert hat? Und natürlich gibt es auch die kirchliche Geschichte oder religiöse Geschichte dazu. Die ist mir wiederum noch unwichtiger als das weltliche Weihnachtsfest. Aber klar spielt das alles wahrscheinlich irgendwie eine Rolle, so wie wir halt groß geworden sind. Wie es uns ja von klein auf immer wieder, habe beigebracht, ist das falsche Wort, aber wie wir es erlebt haben, wie wir das mitgenommen haben und gestaltet bekommen haben von unseren Eltern oder Großeltern oder wo auch immer wir dann Weihnachten gefeiert haben. Was mir schon wichtig ist, dass ich Kontakt zu meinen Lieben habe an den Weihnachtsfeiertagen. Ob nun Heiligabend oder an den anderen Tagen. Ich mag das sehr, sehr gerne, dass man dann mal zusammen telefoniert und ein bisschen erzählt und ja irgendwie den Kontakt pflegt. Das mag ich natürlich auch an anderen Tagen und in anderen Wochen und Monaten. Aber gerade über Weihnachten, das wäre schon sehr komisch, das nicht zu machen. Und ja, Heiligabend oder überhaupt Weihnachten, weder meine Tochter zu sehen, noch meine Eltern oder eben meine liebe Verwandtschaft, ist schon immer wieder mal komisch. Es ist jetzt nicht so, dass mich das belastet im Sinne oder stresst, aber es ist schon komisch und auch schade. Es ist ja selbst gewählt, es zwingt mich ja keiner an Weihnachten in Griechenland zu hocken oder wo auch immer. Aber ja, es ist halt ein bisschen komisch. Und ich kann mir vorstellen, auch auf der anderen Seite ist es so, dass die das auch ein bisschen komisch finden, dass ich dann halt nicht dabei bin. Aber so ist das nun mal und mir sind die Zeiten halt wichtig, wenn ich dann in Deutschland bin bei meiner Familie, dann auch wirklich intensive Zeit miteinander zu erleben. Und das macht es dann auch wieder ein Stück weit wett. Und dieses Jahr an Weihnachten, das kann ich ja vielleicht schon vorweg sagen, es wird sicherlich im Potluck auch nochmal kurz angesprochen werden, aber dort ist ja nicht so viel Zeit. Dieses Jahr an Weihnachten werde ich mit Tim und Vera von den Crown Town Travelers, mit denen ich ja gerade unterwegs bin in Griechenland, den Heiligabend auf jeden Fall verbringen. Tim hatte eine tolle Idee, ein Weihnachtsmenü zu kochen und jetzt jeder Part von uns übernimmt einen Gang für das Weihnachtsessen am Heiligabend. Und ich freue mich da sehr drauf, mit den beiden zusammen den Heiligabend verbringen zu können. Im Übrigen Geschenke sind mir überhaupt nicht wichtig und da finde ich es sehr charmant. Ich habe die Woche, die letzte Woche an einer kleinen Griechischweihnachtsfeier teilnehmen dürfen, von einem Griechischsprachkurs, an dem ich gar nicht teilnehme, aber wo es halt Kontakt gibt. Bei der lieben Franziska, die eben auch Griechischsprachkurse macht und die hat mir nochmal so ein bisschen oder uns allen Teilnehmenden dort erzählt, wie Weihnachten in Griechenland gefeiert wird. Und es ist doch deutlich anders als in Deutschland. Am Heiligabend wird eben nur der Vorabend des Weihnachtsfestes, das dann am 25. stattfindet, gefeiert. Ist schon fast zu viel gesagt, aber begangen. Und es gibt am 25. dann das große Weihnachtsfest und auch erst seit neuesten Jahren dort auch Geschenke. Sonst war das immer an Neujahr, die Geschenke, so ganz traditionell. Und jetzt gibt es das eben auch schon angelehnt an den Rest von Europa oder in vielen Ländern in Europa am ersten Feiertag. Also für uns erster Feiertag, 25. Aber, und das finde ich sehr, sehr, sehr charmant, nur für die Kinder. Also Erwachsene schenken sich nichts gegenseitig und das hat mich die letzten Jahre schon immer wieder gestört und dieses Hin und Her Geschenke. Und eigentlich hat jeder alles, was er braucht. Und wir leben ja eh im Überfluss. Und das finde ich sehr charmant in Griechenland, dass es wirklich dann Geschenke gibt, nur für die Kinder. Und das finde ich schön. Ich halte es schon seit vielen Jahren so, dass ich eben Erwachsenen nichts mehr schenke zu Weihnachten. Und ja, meine Tochter ist mittlerweile auch erwachsen, aber sie ist nun mal meine Tochter. Das ist die große Ausnahme. Die bekommt jedes Jahr auch noch was. Jetzt habe ich so ein bisschen erzählt, wie es bei mir an Weihnachten ist. Und ich hoffe doch sehr, dass ihr mir mal irgendwo schreibt, wie ihr Weihnachten begeht. Es wird dir auch einen Instagram-Post geben zu dieser Folge. Da könnt ihr gerne drunter schreiben. Und ansonsten vielleicht noch eine kleine Bitte an euch. Teilt gerne diese Folge. Erzählt anderen Menschen davon, was ich so mache, wenn ihr das toll findet natürlich. Wenn ihr es nicht toll findet, müsst ihr es nicht weiterzählen. Dürft ihr aber natürlich auch. Also ich bin auch sehr für konstruktive Kritik, bin ich sehr offen. Also sagt mir gerne, was ihr mögt, was ihr nicht mögt. Und dann kann ich das auch anpassen, ändern und mit einfließen lassen halt in meinen Podcast. Also teilt gerne diese Folge. Dafür wäre ich euch sehr, sehr dankbar. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch nicht einen schönen Tag, sondern erstmal frohe Weihnachten. Feiert schön im Kreise eurer Familie oder genießt die Zeit auch alleine. Wie gesagt, ich kenne ja beide Seiten. Also auch wenn ihr da draußen alleine seid, genießt die Zeit, kommt ein bisschen zur Ruhe. Bisschen Besinnung für euch und lasst es euch einfach gut gehen. Genießt die Zeit, die ja doch im Außen auch oft ein bisschen ruhiger ist. Und jetzt wünsche ich dir wie immer einen wunderschönen Tag. Irgendwo, anderswo. Ganz lieben Dank fürs Einschalten bei André Talkt anderswo. Wenn dir diese Folge gefällt, darfst du sie gerne teilen. Danke für deine Unterstützung. Danke für's Zuschauen.